Die Polizei sucht noch immer nach Heinz-Robert Hutzinski. Der 68-Jährige wird seit Montag in Landscheid vermisst. Wie am Vortag ist die Polizei auch am Dienstagmorgen mit rund 50 Leuten im Einsatz. Dazu gehören 40 Polizisten der Bereitschaftspolizei, mehrere Kripo-Beamte, drei Diensthundeführer mit Tieren und zwei Personenspürhunde. Der Hubschrauber der Polizei wird die Suche unterstützen. Am Montagabend war die Suche, die den ganzen Tag angedauert hatte, bei Einbruch der Dunkelheit ergebnislos abgebrochen worden. Einer der Hunde hatte eine Spur gefunden, die nach Niederkeil führte und sich dort verlor. In Niederkeil wurde am heutigen Dienstag die Suche wieder aufgenommen. Auch der Keilbach soll laut Kripo-Bach abwärts abgesucht werden. Rudzinski war Montagnacht gegen 3.30 Uhr aus seinem Wohnhaus verschwunden. Er ist dement und orientierungslos und nicht der Witterung entsprechend gekleidet. Er trägt laut Polizei einen hellgrauen Jogginganzug und braune Sandalen. Der Mann ist 1,75 groß, kräftig und trägt einen Vollbart. Er war bereits vor einem halben Jahr von einer Streife aufgegriffen worden, als er hilflos umherirrte. Die Kripo Wittlich bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06571 953 mal die Null oder an die Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571 9260.